Hi meine Freunde, mein Name ist Alexander Menakorov, ich bin Musiker, Musikundirigent aus Berlin und heute zeige ich den ersten Schritt für meine erwachsenen Schüler, die wollen sich davon richtig spielen. So, wir brauchen in der ersten Linie Mundstück. Nun Mundstück mit Blatt, die Blatt für den Finger muss 1,5 sein, das ist so einfach, leichter Blatt, später Nummer 2. Die Nummer steht hier, die Firma muss Van Dorn und Torrico sein, wir machen nass in den Mund, oder mit dem Wasser, eine soviel lange Zeit, Mundstück, dann sitze ich mit dem Daumen, machen wir fest, so, die spitze Daumen muss beim spitzen Mundstück sein, gleich, nicht so, oder nicht so, aber so richtig hier, meine Daumen, rechte Hand, immer fest, und danach kommt dieser Teil mit Schrauben, und ich kontrolliere, so, das kontrolliere ich, ja, und machen fest mit Schrauben. Das ist so wichtig. Die erste Linie, ich probiere spielen ohne Instrument, nur mit Mundstück. Warum? Das ist der wichtige Ansatz, der Lachenmuskel muss gespannt sein, warum die alle Amerikaner gut gespielt, die Amerikaner kann gut lächeln, und ich lege Blatt auf meine Unterlippe, ungefähr, so, es gibt ein Papier, ja, ich zeige, so, und das ist eine Grenze für untere Lippe, so, so, so sein, und obere, ungefähr, zwei Zentimeter, hier, hier stehen meine obene Zähne, und unterlippe frei, und ich mache langsamer, langsamer, einatmen und ausatmen, Ja, das Ton ist da, das ist super, wenn ich höre meinen Ton, dann bisschen, bisschen lächeln, und meine Lachenmuskel, mehr gespannt sein, ja, ich kann einen Ton spielen, hoch oder niedriger, zum Beispiel, Das ist gute Übung, mit dieser Übung, wir können ungefähr, zwei, drei Tage richtiger spielen, aber, bisschen langweilig, ja, und jetzt machen wir weiter, wir brauchen dazu, das ist erst, äh, 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 äh. Seht was, so, S-Bol, so, S-Bogen, ja, S-Bogen, ja, S-Bogen, und jetzt mit dieser Tal, ja, probieren, noch andere Tonspielen. so die meine liebe ist zu ich sage selber wie wie meine lachenmuskel gespannt meine locker unterliebe und oberliebe ein bisschen locker lassen und ich probiere gleichmäßig blasen das ist der erste ton aber ist der ton einfacher nicht so kompliziert wir können probieren zwei drei mal durch die luft kommt durch kleine lochen zwischen hier nicht unterliebe offen sein und zählen nicht zeigen ich sage noch mal wieder spielen sie gegen den spiegel und dann gucken sie was muss richtig sein und jetzt weiter neue schritt mit instrument überraschen so man muss so stehen ich halte das instrument für dieses ja das ist wichtig dann das stück weg dann sitze meine s bogen es gibt eine schrauben festmachen und es gibt die star machen so und probiere jetzt es der ton daumen hier und diese klappe nicht nach oben diese klappe mit daumen zusammen das ist der ton H 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 okay es war der erste ton und danach wir probieren den nächsten ton A und dann G linke hand und die rechte hand kommt F E und D aber bitte geduld die eine woche wir probieren den ton H spielen so es ist nicht viel komplizierter aber muss schritt für schritt machen erste linie ich habe euch schon erzählt wir probieren nur mit einem stück übeln klingt die polizei die zweite ziel mit kleinen tal es das bogen das ist zusammen das ton bisschen schönes wir lachen gespannt lachen gespannt ja und diese ziel mit munster aber mit einem stück kommt der letzte so wenn sie wollen bei mir mit dem treten machen gucken sie meine internetseite www.krisen.de bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald